Wusstest du, dass die Inkubationszeit nach einer Ebola-Infektion bis zu drei Wochen dauern kann? Menschen, die mit Ebola-Infizierten in Kontakt waren, müssen mindestens 21 Tage lang Quarantäne verbringen, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Teilweise sind in Westafrika ganze Familien betroffen und während der Quarantäne kann natürlich keiner für den Lebensunterhalt sorgen. Diese Menschen brauchen unsere Hilfe. Ich bin vom Thema Ebola infiziert und möchte dich jetzt anstecken. Teile dieses Video oder poste deinen eigenen Ebola-Fakt und folge diesem Spendenaufruf. Unterstütze zusammen mit mir gemeinsam für Afrika im Kampf gegen Ebola.